hallo meine freunde und pokalenten willkommens an einfach gefahren zu die cube jetzt hier stehen geblieben und dann machen wir weiter bis zu anfang lawinengefahr heißt level 5 2 ein schnee level und vorher war es ein level das ist interessant auf jeden fall aber ich feiere die eismöhe sieg oder die schnühe sieht mir auch egal die gibt's secret coins das ist doch ganz so was gibt es denn hier so wir sind bei der wir auch schon fast durch mit dem spiel warte warte hilfe jetzt sind wir in donkey kong müssen alle coins einsammeln nicht die sterne wahrscheinlich nicht dann das war es run doch wieder auf ja als ob ich irgendwas mitbekommen kann dass hier irgendwo was ist wenn jetzt immer was ist er wird doch bestimmt irgendwo sein hier bin ich doch bestimmt geschützt oder oder nein bin ich nicht kein stern das gibt es doch nicht nein das kann doch nicht sein wo gibt es denn hier die sterne bruder das ist einer ich hab ihn ist der erste oh nein ich höre es schon hinter mir ist einer negaten kacke 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 pause ich bin mir das mal ich hätte so zwei drei folgen im spiel bisher muss ich sagen ist das spiel ziemlich gut aber es gibt da auf jeden fall negative dinge im spiel sehr viele denn den unbesiegbar jahre box hat mich unbesiegbar gemacht was wollte jetzt was geht um tschüss wo ist der nächste stern was geht bei wump der nächste stern hat ihn bestimmt verpasst und das wollte ich jetzt nicht tun gegen man so hinter mir vielleicht sterbe ich wieder ich trau dem nicht ist bestimmt irgendwo jetzt einer ganz fies an der direkt in der kurve versteckt bestimmt hier echt nicht ich höre schon hinter mir die keulen dann kommt seine plattform interessant auf jeden fall ist eine coole neue idee ob das mario komme ich jetzt nicht drinnen und scheiße hinter mir so was ja ich habe auf jeden fall was verpasst dann darf ich gleich neue machen ihr wisst ja ich liebe das wenn ich das machen darf ja ich habe zwei sterne verpasst bitte was zwei den ersten habe ich irgendwie noch gefunden ja gut er war auch einfach so mit einem weg dann darf ich wohl wieder aus screen suchen gehen sehen uns dann gleich wieder ja oh ja als ob hier gibt es einen eingang und scheiße da kommt ziemlich nah dran ja hier erscheint er ja ok ich hatte vorhin glitsch das habe ich ganz bewegt und so und dann kam auf einmal dieser schneeball auf mich zu die kamera einfach lockt ich konnte nichts machen und da hat mich einfach umgebracht ich wollte es so anmerken so ich gucke mal kurz nach dem dritten stern das war echt fies den dritten fand ich jetzt echt fies oder oder was meint ihr also ja ich fand das immer fies aber ok sind wir zumindest auch endlich mit dem level durch der glitsch am anfang des levels bin ich ziemlich kacke aber zum glück ist er nur einmal für weiter geht's so ich hoffe die nächsten level werden noch krasser aber sonst wird das spiel insgesamt ziemlich ich würde fast schon sagen solide auch wenn das wort solide natürlich nicht schlecht ist auf gar keinen fall aber es ist halt es kann besser sein wir haben zwei normale level noch dann habe hier das boss level und dann noch das secret level und dann werden wir auf jeden fall den nächsten auch die ganzen bonuslevel machen aber ich glaube die werden eh ganz kurz sein weil ich es selber sind bisher immer kurz gewesen so 53 unter bienen also ja es ist confirm das sind bienen okay interesting dann habe ich ein geschenk gesehen ich hoffe da was das ist gut drin ja so ja jetzt werden wir auch zur bühne ja bam bienen mario aber nicht hier runter in den abgrund ich will jetzt stirbt ok geht es hier weiter ich war noch gleich fertig nein okay hier okay irgendwas war da unten noch aber ist mir jetzt auch egal müsste selbst nachgucken das spiel kostet 6 euro okay das sieht crazy aus das ist doch bestimmt irgendwo hier unten so ein stern oder ich würd es uns sogar wirklich mit oder vielleicht ist es ganz oben hier ganz oben wo einer vielleicht aber nur vielleicht wahrscheinlich eh nicht nein da ist der tot das war es du machst dich auch okay ja ripp ja bei boing macht euch auf sesam öffnet euch nicht runterspringen auf gar keinen fall das wäre nicht so schön oh nein nicht dass die physiken noch mitspielen und nicht dann runterfalle weil das rutschig aussieht Hilfe so wir sind die nächsten beiden sterne denn die müssen doch jetzt endlich mal kommen mann ob ich jetzt jedes level neu machen muss okay da ist einer kacke da brauche ich das power up wieviel ist es denn es wäre der zweite gewesen okay warte muss ich jetzt wieder vom checkpoint bitte nicht hier war ein checkpoint bin ich hier noch ein power up please yeah wir können es doch holen außer ich lasse mich jetzt treffen von den richtig fettis häh wieso denn ach komm das ist doch lame ich habe nur noch einen one up danach bin ich im over dann darf ich es einfach nochmal komplett neu machen und dann nein das will ich nicht komm schon sei nicht so spiel ich weiß du bist cool komm schon sei nicht so das ist nicht nett wie ist das so nein ja so ein paar coins sammeln für die 100 100 münzen gleich ein stern äh ich meine natürlich äh one up so jetzt da durch wie viel einfach ist oh ja nice alles haben alles boah wir sind jetzt so richtig rich ein one up mehr irgendwie glaube ich muss hier einfach nur anstarten gehen die schon auf die blümchen ja so der letzte müsste jetzt irgendwo hier glaube ich sein schätze ich mal oder nicht doch warum soll es ja nicht hier sein ja stop ok so eine bienchen zwei stück machen wir die bienchen platt das sind böse bienchen das böses im wurs je das hat bei uns geklingelt geil sattde kurz aufgemacht und weiter geht's wo ist der letzte blau stentern komm schon die können wir nicht sagen dass sie so ideenlos sind die nicht reinpacken ist ja doch für klug oder nicht noch mal ein stern nuklearen stern das ist ja wenn ich jetzt nicht mehr so spiel ja geil ich hab das level neu machen denn ich habe mal wieder kommt es kurz aber mittlerweile schon echt okay ich dachte gerade ja das kostet mich schon echt an das ist echt kacke du das ist doch jetzt nicht dein ernst du willst mich doch verkackern oder das wollen war es noch nicht ja warum habe ich jetzt sind schaden allein müssen oh man das ist doch nicht so dann machen wir weiter mit 54 baumkletterer noch ein baumlevel hatten wir ja ewig nicht mehr gesehen wir hatten glaube ich zwei stücke in der ersten welt und dann kamen nie wieder welche von daher bin ich sehr froh dass es wieder welche gibt zumindest eins noch am ende des spiels ganz cool und warum nicht schade das wäre ich cool gewesen wäre der erste stern verstärkt das wäre ich cool gewesen ich sollte mal entwickler werden ich bin zu dumm für das ganze kodieren und so ich kann diese ganzen also nicht bedienen aber ich meine die scripts schreiben und so ich bin doch viel zu behindert für aber so level ideen so spielideen ich glaube da wäre ich richtig gut für das wollte ich eigentlich gar nicht nur kurz das sah so aus es gäbe da halt was aber gibt es nicht und kamera kamera das ist ein scrolling level das habe ich nicht gecheckt du das ist jetzt kacke sorry guys wenn wir diese folge wohl doch nicht in den post machen aber machen wir es in der nächsten folge auf jeden fall also weg mit euch ich habe drauf die andere egal so ob da auch wieder ab wo nein okay fahrer sagt auch da ich habe die kamera schon so weit nach oben bewegt ich darf da nicht auf diese grüne plattform drauf hatte ich ein checkpoint nein natürlich nicht alles muss man perfekt machen ja das will das spiel von einem dass du alles perfekt kannst einfach rennen einfach geradeaus rennen nicht hoffen wir müssen auch rennen sonst ist keine zeit mehr boing dumm baum boing weil ich glaube nämlich das ist das letzte level dass wir diese vorgeleid packen können so hier haben wir noch mega viel zeit die merkt ja grad aber das kommt jetzt schon nicht so hier springen damit wir hier hoch können und jetzt hier hoch ja das habe ich nicht gecheckt hier gibt es nichts es geht weiter ja es geht weiter verdammt schnell 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 oh okay äh passt es wollte es nicht okay dann haben wir hier wohl die kleine ruhephase das ist ja mal schön dass wir mal eine ruhephase haben oh für die kranken leute hier für die minzen für spaß ich bringe mich jetzt für die minzen nicht um vor allem weil hier noch welche sind und runner und weiter geht's geh weg bruder geh weg nein ich wollte jetzt unbedingt durch ne ich hatte ein checkpoint ist okay okay ich bin schon langsam überlegen ob ich vielleicht nicht doch für das nächste level das boss level das endboss level hab ich dann nicht doch vielleicht ein paar one ups verfarmen soll oder nicht ich weiß das halt nicht okay hier muss ich hoch hier muss ich auch hoch da gab es nichts na nein diesmal nicht ha diesmal nicht boing oh verdammt okay da habe ich mich äh ja verarschen lassen ich meine verkackern okay da freut mich ja keiner hier verdammt red schneller nein hab keine Zeit mehr alter beeil dich doch Junge schnell sonst gewollt mich das Leben tot euer Oh leute besiegbar was war in der platform kann ich ja nicht ich glaube da kann ich nicht für immer drauf schicken lassen keine ahnung nein ich muss alle killen ich muss alle bienen töten ja hätte ich das riechen können nee hätte ich nicht so eine lebt noch oder zwei oder drei oder fünf eben noch mehrere okay noch mal sagt aber die sprung sind alle machbar zum glück ja gut okay passt noch so auf der suche nach den letzten sternen so ihr könnt nichts ok es kommt schon einfach weiter oh man ich habe noch bekommen das ist natürlich immer schön ja komm konnte ich riechen so nervig man bei maus ist so reingesucht und scrolling und rein zu mir was ist das denn kommt schon bin ich denn hier bei mir ist für mich oder was sicher kack ernst nein ich dachte ich hab's noch das gibt es doch nicht okay da unten kommt einer kann ich mir noch merken können das kleine das packte noch mein gehirn irgendwie ich bin ich nicht er könnte aber nervig sein deshalb muss ich dem aus dem weg gehen wow 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 jo übertreib ziel ich brauch das ziel jo das ist doch gestört ziel kein ziel noch ein checkpoint die wollen immer noch aufs maul die wollen mich immer noch aufs maul tun ja da war einfach so nochmal ein checkpoint warum auch doch nicht na 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 ok leute dann war es das heute mit der folge nächstes mal machen wir den drachen dem garados als aufs maul ich kann nicht reden ich kann keine worte zusammenfassen was ist mit mir los was ist mit mir los warum kann ich nie richtig deutsch sprechen naja egal leute nächste folge machen wir den boss fertig retten das königreich und fang an mit den spezialleveln ich hoffe ihr seid schon gehypt auf die nächste folge ich bin es auf jeden fall über ich werde es jetzt alles aufnehmen und durchspielen dann seh ich euch beim nächsten mal wieder tschuu tschuu